Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Slaby. Wir spielen eine neue Runde Dirty Bomb und wir hoffen jetzt mal ganz stark, dass die Runde wahnsinnig toll wird. Jetzt werden nochmal die Spielregeln erklärt. Wir müssen sie aufhalten, den EV anzuschalten, um diese EMP-Ladung da letztendlich abzugeben. Wir wählen Phantom aus. Wir haben noch als Squad die Aura und Skyhammer für diesen EV mit Luftschlag auszuschalten. Ich will am Anfang Phantom und jetzt gehen wir mal hier um die Ecke und haben Glück mit dem ersten Kill. Wie gesagt, wenn ich gut spiele, ist da zum Teil Glück, dann ist es mal können. Das ist auf gar keinen Fall Pro-Gaming. Oh, jetzt muss ich nachladen. Ich muss mal gerade hier weg. Ich muss mal gerade hier weg. Ich habe mal gerade ein bisschen Schiss. Ich muss mal gerade hier ein bisschen weg. Es tut mir sehr leid. So, jetzt haben wir erstmal eine Kurve bekommen. Jetzt ist das EV repariert. Ja, gib dem doch mal Medik. Nein, er war besser. Er war besser. Muss mal ehrlich zugeben. Gut, wenn ich es kann. Nein, ich bin nicht gottenschlecht. Ich bin kein Bro. Moment, Moment. Ja, okay. Ich kann leider raus. Vielleicht hat man vergessen, sich aus dem Spiel auszuloggen. Kann ja mal vorkommen. Deswegen muss noch mal gerade gekickt werden, damit wir da Platz schaffen, vielleicht für jemanden, der aktiv spielt. Also, ich erwarte keine gute KD. Ich würde sie mir wünschen. Das bucht jetzt kein 46-2-Spiel oder so. Dann falscher Kanal. Ich möchte nur ein bisschen unterhalten. Ein bisschen unterhalten in der Hoffnung, dass ich auch irgendwas erreiche. Ja, nein. Nein, so nicht. So nicht, so nicht. Nee, das... Wenn ich zu verbissen bin. Ich muss da ganz locker an die Sache rangehen. Ja, das ist immer so leicht gesagt, aber... Ja, lad nach! Okay. Der wird hinterher geschleift. Boah, ey. Ich trenne mir hier einen ab. Ich brauche mal... Ich habe kein Muni mehr. Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Es nützt jetzt alles nichts. Jetzt haben sie mich schon noch gesehen. Na, tolle Sache. Jetzt werden sie mich ganz bestimmt noch verfolgen und töten. Ich kenne die doch. Die spielen immer so brutal. Sie kommen doch schon. Sie kommen doch schon. Sie kommen doch schon. Ah, Kamikaze. Kamikaze-Auftritt. Ein absoluter Kamikaze-Auftritt. So geht man nicht... Also ich will grundsätzlich hier bei dem Spiel, bei dem Let's Play, zeige ich eigentlich nur, wie man nicht spielt. Das ist so meine... Intention. Nein. Wir konzentrieren uns jetzt nochmal... Der EV ist natürlich schon ziemlich stark voraus. Das ging schneller als gewollt. Wir könnten doch gerade zu Skyhammer wechseln. Ich glaube, das machen wir mal gerade. Hier. Hier. Muni. Hier. Krieg Muni. So. Jetzt gucken wir uns die Sache mal ein bisschen von hinten an. Komm. Geh runter. Stubb jetzt mal. Ach. Drei Stunden. Drei Stunden. Das haben sie natürlich immer noch hier so'n... Jetzt haben sie uns gesehen. Jetzt haben sie gesehen. Ja, 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 ja. Komm. Ja, wix noch mehr. Ganz viel. Mehr, mehr habe ich immer jetzt gerade nicht. Komm schon. Komm schon. Jetzt muss ich selber aus meiner Schusslinie. Oh ja, das war mal getroffen. Ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Gegenanschlag. Ja, hier. Hier, Muni. 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 Nein. Nicht alle sterben. Nachladen, nachladen. So, jetzt, hier, eine Insel mit zwei Bergen. Geh weg. Nochmal nachladen. Da hinten ist jemand. Ah. I'm scared. So, jetzt sind sie natürlich in einer weis was schlechten Position. Aber wir müssen natürlich jetzt auch aufpassen. Nein, 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 nein. Okay. Nein, nein, nein. Ich habe nur, ich habe nur Muni. Ja, der Law hat mich am Schirm. Der hat mich umschirmt und das ist natürlich jetzt schlecht, dass, der, ja, jetzt müssen wir weg. Jetzt müssen wir weg. Ja, okay. Medic, Medic. Oh, du mit der Medic. Bisschen nur einem auf die Keks. Muss man jetzt ehrlich mal zugehen. Au. Siehste, ich wusste. Ich wusste. Jetzt, sieht das hier noch ganz, ganz, ganz locker aus, ja. Oh, komm. Schneller, zehn Sekunden. Au. Der, der... Der Sniper ist ganz nett. Ich frag mich, ob ich den schlumpf schalten kann. Ich glaube, ich muss den gleich schlumpf schalten. Damit der uns hier nicht ein bisschen zu laut spricht. Jetzt war es ein bisschen... Weg, 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 weg. Jetzt müssen wir wieder... Wir müssen sehr oft weglaufen. Sie sind aber auch in einer... Ja, da hab ich noch welche gesehen. Hier könnt ihr mal ein bisschen Money haben. Was machst du denn da oben? Verdammt! Jetzt machen sie es, jetzt tun sie es. Uh, das sah geil aus. Schöne Körperfetzen, die in der Luft schweben. So, jetzt nochmal neu. Los, los, los. Ja, 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 ja. Ich sehe nichts, ich schießt trotzdem. Das ist meine Devise. Okay, jetzt nochmal weg, jetzt nochmal weg, jetzt nochmal weg. Ja, das war gut. Nein, das war schlecht. Aber ich hab den EV ausgeschaltet, auch wenn jetzt grad wieder... Okay, Moment. Äh, ähm, äh, abstimmen? Nee, nicht abstimmen. Wie macht man denn hier die... Ach, egal. Soll den weiterquatschen. Ich muss nochmal bei den Einschauen gucken, wie man die jetzt hier schnell... ...still macht. So, jetzt hier vorsichtig. Shit. Ich seh nichts, ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind. Ich seh immer noch nix, ich bin grundsätzlich blind. Kann man auch so sagen. Was ist jetzt wieder für'n Kick? Ja, hier, Kick gehen. Moment. So, jetzt hier nochmal diesen hier. Jetzt sind noch zwei Minuten. Es sind... Okay, nee. Jetzt sind noch zwei Minuten. Jetzt muss man aufpassen, was jetzt hier passiert. Ich trau mich mal grad so gar nichts mehr. Okay. Kann sein... Nee, hier links wird abgesichert. Wird abgesichert ist also... Oh, oh. Ja. Shit. Kann man mir hochhelfen? Ja? Bist du so lieb? Das ist aber nett. Ach, nein. Ach du Schande, was ist jetzt hier für'n Rami-Tami hier los? Farsch mal grad. Nein. Ich glaub jetzt, ähm... Verdammt, ich wollte eins wechseln. Ich wollte eins schon von Dome wechseln, aber ist okay. Mit dem Skyhammer kann man auch einiges nicht erreichen. Das war aber knapp. Das war aber sehr, sehr knapp. Ich hoffe, das wird jetzt so verstanden. Ich hoffe, das wird jetzt so verstanden. Ich bin da nicht so ein Held davon, den Spawnpunkt, ähm, bei denen zu beherrschen. Weil wenn da irgendeiner schaffen sollte, durchzukommen, dann... Ups. Aber... Ich mag ja Gruppenzwang auch, ja. Ne, 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 ne. Ja, jetzt bin ich... ...etwas geblendet. Oh, 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 oh. Ja, wenn da nämlich einer durchkommt, dann... ...war ist das? Ach du Sch***. Geh, du mal gucken. Geh, du mal vor. Ist eine gute Idee. Wo ist er hin? Ja, da kommt schon den nächsten. Da schießt auch. Ja. Nein. Jetzt, jetzt möchte ich mal wechseln zu Phantom. Weil wir haben den jetzt schon sehr lange nicht mehr gespielt. Und es wird langsam Zeit, ein bisschen zu schnetzeln. Ich hoffe, wir kommen auch zum schnetzeln. Weil, wir reden ja mehr, als dass wir irgendwas tun. Ist schon fast peinlich. Da hab ich jemanden gesehen. Das sind jetzt... ...auf einmal zu viele. Das ist doch so dick, ey. Wurde ich ganz mal gezien. Leer. Ja, verdammt. Ja, 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 hab ich kommen gesehen. Da komm. Da komm. Au. Heal. 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 Medic. Please. Bang. Very well. Ging auch schnell. Danke. Wir brauchen Heal hier hinter. Ich muss mich grad hier verstecken. Ist jetzt sehr feige. Es tut mir leid. Aber... Nee. Kommt der Heal-Mensch nochmal? Ist zu gefährlich, ne? Bäm. Vielen Dank. Danke. Okay. Wenigstens haben wir so... Ach du. Jetzt müssen wir auf Messer wechseln. Komm schon. Geh down. Rettet mich. Hälft mir. Rettet mich. Hälft mir. Hälft mir. Hälft mir. Hälft mir. Hälft mir. Hälft mir. Ich brauch Muni. Ich brauch verdammte Muni. Ich brauch Muni. Nee, ich muss abwehren. Also nur noch acht Sekunden. Ja. Ja. Mission accomplished. Ja. Wow. Wir haben gewonnen. Ich bin begeistert. Warum stehe ich ganz oben? Ich war ganz schlecht. Ich hab zwölf Elfen. Damit hab ich die meisten Punkte. Warum? Ist mir... Ist mir unklar. Ja gut. Das war's. Es war sehr kriminell. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich übe noch. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein wenig unterhalten. Und wünsche euch noch eine gute Zeit. Was auch immer das bedeutet. In diesem Sinne. Einen schönen Abend noch. Einen schönen Mittag. Nacht. Ihr wisst schon Bescheid. Bis dann. Tschü! Tschü-tü-tü-tü-tü-tü-tü!